Servus Tomb Raider Freunde, bald ist es soweit und wir können das Game zocken. Vorab möchte ich euch noch den Foto-Modus vom Spiel zeigen. Welche Einstellungsmöglichkeit haben wir? Filter, Rahmen, aber auch welche Grimassen kann die Lara schneiden? Hier könnt ihr den Foto-Modus schon sehen. Wir haben verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten. Als allererstes natürlich die Kamera, die kann man frei positionieren. Man kann separat auch nochmal ranzoomen und die Kamera drehen. Im zweiten Modus könnt ihr sozusagen die Schärfe vom Bild nochmal separat einstellen, ob der Charakter mehr in den Vordergrund gerückt werden soll und der Hintergrund wird ein bisschen unschärfer. Im dritten Reiter könnt ihr dann separat nochmal das Licht einstellen und auch die Sättigung, wie kräftig die Farben leuchten. Im nächsten Reiter können wir über das Bild Filter legen. Es gibt insgesamt sieben verschiedene. Bei der Lara sieht das Ganze jetzt nicht so cool aus. Hier seht ihr nochmal ein besseres Video und da sieht man, dass die Filter schon wirklich sehr cool aussehen können. Gerade wenn es zum Beispiel in einer Höhle drin ist oder auch im Dschungel kann der Filter schon wirklich wahre Wunder bewirken. Und das Bild sieht schon richtig cool aus. Im nächsten Reiter haben wir dann die Rahmen. Insgesamt gibt es sechs verschiedene, muss man sagen, es gibt da schon richtig coole. Mir persönlich gefällt der schwarze am besten. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen ihr am coolsten findet. Dann könnt ihr auch das Logo von Shadow of the Tomb Raider einblenden, komplett frei seid ihr aber da nicht. Ihr habt ja gewisse Settings oder Voreinstellungen, ob es jetzt links oben in die Ecke, unten links oder in die Mitte soll. Zu guter Letzt kann die Lara noch ein paar coole Grimassen schneiden. Wenn ihr dann alles perfekt eingestellt habt, könnt ihr auf den Auslöser drücken. Ich muss echt sagen, in diesem Spiel bringt meiner Meinung nach der Fotomodus am meisten, denn die Welt sieht einfach extrem cool aus. Wir haben Grabmäler, da können wir sehr coole Bilder schießen, aber auch Ruinen. Im Dschungel gibt es auch sehr schöne Plätze und sogar unter Wasser. Die schöne Unterwasserwelt können wir dann ebenfalls ablichten. Ich denke, da werden richtig geile Bilder von der Community geschossen. Ich finde den Fotomodus immer cool, gerade auch als YouTuber, denn dann kann man richtig coole Thumbnails einfach schießen, designen. Man kann die Lara sehr schön abbilden oder auch zum Beispiel den Hintergrund, irgendeine coole Ruine. Das war es soweit mit dem Video. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Bis gesagt, wenn sie euch auf Kellenork قال, bis zum Beispiel like-